Der Auszubildenpreis für das beste Landparken geht an Lukas. Ich bin der Lukas und bei Gebrüder Weiß mache ich gerade die Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Das ist nicht einfach ins Auto steigen und losfahren. Man muss sich voll und ganz auf die Straße konzentrieren. Man muss das Fahrzeug gut unter Kontrolle halten. Nicht jeder kann 40 Tonnen auf der Straße lenken. Die meisten sitzen bloß im Auto. Nicht so spannend. Seit ich sechs bin, verfolge ich den Traum LKW-Fahrer zu werden. Das erste Mal, wo ich bei meinem Vater mitgefahren bin. Seitdem wollte ich selber auch irgendwann in den LKW steigen und selbst fahren. Also mein Wunsch ist es, irgendwann in den Fernverkehr zu gehen. Europaweit, vielleicht weltweit zu fahren. Mal was anderes sehen. Nicht immer nur das Gleiche. Ich fand das einfach von Anfang an cool. Ich hab mir in den Sternen. Ja, ich bin ein, was ich bin ja. Ich hab mir da das Gefühl. Ich habe mir da.